So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich mache hier eine Aufnahme-Session, es ist unfassbar. Ich nehme seit keine Ahnung, wie lange aus. Aber gerade bietet es sich auch an. Und dann habe ich ganz viele Parts erstmal für die nächste Woche. Und dann habe ich genug Zeit. So, ähm, ja, wir sind im Zoodorf angekommen und haben letztes Mal den Farbendungeon erledigt. Wir haben weitere Muscheln gefunden mit unserem Detektor. Und, ja, das war, glaube ich, das Wichtigste. Dadurch haben wir das rote Gewand bekommen, falls sich jemand entwundert, dass wir rot sind, und sind damit stärker. So, jetzt gehen wir hier mal langsam durch. Die Durstwüste? Ja, im Süden ist ein Weg, der in die Wüste führt. Aber solange das faule Walross diesen Weg versperrt, kommst du wohl nicht in die Wüste. Stimmt, ich erinnere mich. Oh, ja, ich weiß... Oh, nein, ich weiß, was jetzt kommt. Das ist jetzt genau der Teil, wo ich ganz lange hängen geblieben bin als Kind. Ich bin gespannt, wie ich es hier hinkriege. Ja, das ist genau der Teil. Okay. Ach ja, an so einem Tag könnte ich ein Lied von Marin vertragen. Das hier. Hau ab! Hypo-Model. Okay. Richtig gesehen, ich bin Krokodilius. Die Dixen-Statue an der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leid ist sie nicht vollendet, aber du scheinst mir nicht besonders kunstinteressiert. Boah, dann halt nicht, ne? Hey, wusstest du schon, dass Zodorf und Mövedorf Partnerstätte sind? Naja, Städte ist vielleicht etwas übertrieben. Daher weiß ich auch, dass es in Mövedorf einen Traumschrein mit einem Geheimnis geben soll. Ob das wohl stimmt? Ach, da waren wir schon drin. Äh, okay. Mein Detektor schlägt an, dann muss ich aber leider alles kaputt machen. Tut mir leid. Das, äh, ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ja, leider war hier nichts. Äh. Du hast noch nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame benimmt, oder? Wer mir nicht einmal Blumen oder so mitbringt, bitte brät dich erst gar nicht. Über einen Hibiskus würde ich mich schon freuen. Hinweis auf die Tauschquest, aber wieso? Ja, aber was soll ich tun? Kann ich hier buddeln? Was soll ich denn tun? Hier komme ich nicht rein. Hä? Soll ich den Vogel bestreuen, oder was? Ey, was soll ich machen? Ich bin verwirrt. Wo genau geht das Ding ab? Hier. Hier. Oh, hier. Ha. Das ist wirklich nur da drin. Aber unter den Töpfen war halt nichts. Was soll ich hier tun? Ja, vielleicht geht das auch erst später, wenn ich ihr die Blumen gegeben habe, oder so? Keine Ahnung. Okay. Behalten uns das mal bei. Ah, ihr seht schon, es fehlt nur noch das kleine Gebiet hier und das kleine Gebiet hier. Dann haben wir es. So, das ist dieses Haus. Ähm. Da habe ich sowas hin gemacht, na, wenn ich nichts wusste. Ja, was ist denn heute los? Hier kann ich auch nix machen. Was? Hier ist irgendwas im Wasser. Ja. Aber ich komme ja auch nix ins Wasser rein. Ganz merkwürdig, dieses Seedorf. Okay. Äh. Zoodorf. Ja gut. Da geht es also erstmal nicht weiter. Was ist denn das? Wegen all dieser Monster komme ich nicht nach Mövendorf. Hoffentlich geht es Marin gut. Ja, wir hören schon, Marin hat hier sehr besonders beliebt. Wenn es jetzt auch nochmal Bling macht, drehe ich durch. Okay, macht es nicht. Hallo, ist das etwa... Ach, bei ihm geht die Honigwabe weiter. Ja, alles klar. Gegen eine Ananas. Okay. Oh nein, die... Ah. Was ist denn Bergtyp? Ja gut, dann ist die Tauschquest hier erstmal wieder beendet. Nun, dieses Tier schläft schon ewig da unten im Süden des Dorfes und versperrt den Weg in die Durstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marin es ja mit ihrem Lied aufwecken. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Hehehe. Ja gut, ich habe das Lied ja dabei. So ist es nicht. Ah, hier ist der Teleporter. Nein. Wir gehen erstmal runter. Zu dem Walross. erstmal gehen wir selber zu dem Walross. Aua. Beziehungsweise erstmal gehen wir da hoch zu dem Herzteil. Was wir ja schon gesehen haben. Beziehungsweise erstmal sprengen wir da oben die... die da, die wir auch schon gesehen haben. Und hier drin... brauchen wir schon wieder Bomben. Machen wir erstmal das. Okay. Ach ja. Oh nein, aber da komme ich nicht. Das nützt mir nichts. Da könnte ich jetzt zwar die Bombe schon mal rüberwerfen und den Stein kaputt machen. Aber das bringt mir nichts. Hier brauche ich was anderes für. Okay. Kann ich hier irgendwas holen? Vorher? Oder geht es nur um dieses eine Herzteil? Ja, es geht nur um das Herzteil. Okay. Geht noch nicht. Alles klar. Markieren wir uns? Gut. Wird noch ein bisschen dauern, bis wir das Item dafür haben. Aber das Herzteil hier hinten kann uns wohl. Haha. So. Jetzt spielen wir dem Walross mal die Ballade des Windfisches vor. Ist das für hier oder für da oben? Hä? Für was ist das jetzt? Nein, ich sehe. Marin, Marin. Okay. Du kriegst Marin als Flöte. Das hat überhaupt nichts gebraucht. Hä? Siehst, jetzt geht es nämlich schon los. Jetzt weiß ich halt nicht, ist das Signal für da oben oder für hier unten. Weil ich glaube, da oben könnte auch was sein. ist jetzt halt die Frage. Okay. Ops, nops. Wir haben hier scheinbar nichts zu sein. Okay. Äh. Gut, das war nicht das Wind mit der Ocarina. Dann müssen wir wohl mal zu Marin gehen. Dann müssen wir wohl mal zu Marin gehen. Oh je. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auf die Reihe, wie das ging. Äh. So. Marin. Ach, jetzt ist die weg. Das ist ja schon mal ein Zeichen, dass wir richtig sind. Stimmt, er hat ja gesagt, sie ist am Strand. Ah, ja, 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 ja. Erinnerung, Erinnerung, Erinnerung. Erinnerung kommt so langsam gerade wieder. Genau, sie hat ja gesagt, sie geht gerne an den Strand. Wo war das denn? War das da unten? Nein. Oh, was? Ist das jetzt die Schaufel oder, 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 oder was? Ah, okay, gut. Das ist mir lieber, als hier rumzubuddeln. Sehr schön. Was wir alles schon, äh, verpasst haben, ohne den Detektor, ne? Unfassbar. Und was man ohne den Detektor suchen müsste, man müsste jeden Baum schütteln. Wie ein Blöder. Geht's jetzt hier vielleicht weiter? Das interessiert ihn schon mal nicht. Interessiert ihn alles nicht. Na gut, dann nicht, ne? Da ist sie. Ah, ich hab sie gefunden. Okay. Beim Gameboy kam hier jetzt ne Sequenz. Ich bin gespannt, ob ihr auch ne Sequenz kommt. Oh, Link, schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Ja. Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Tarin sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe da draußen auf dem Meer. Oh Gott, es wird ein Schwischlied im Hintergrund. Ah, es wird ein Schwischlied. Aber da muss es etwas geben. Als ich dich am Strand gefunden habe, Link, da war ich ganz außer mir. Ich hab dich für ein Zeichen der Götter gehalten. Wenn ich eine Möwe wäre, dann würde ich ganz weit fliegen und für alle auf der Welt singen. Frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Oh Gott, ist das Lied. Ich brauche gleich ein Taschentuch. Hallo, hörst du mir überhaupt zu? Link redet halt nicht. Irgendwann möchte ich mit dir hingehen, wo du hergekommen bist, Link. Ah, vergiss, was ich gesagt habe. Ach ja. Was, ich soll mit dir zum Walros gehen? Ach, wir haben es getriggert. Juhu. Also gut, dann mal los. Marin kommt mit. Das ist die Gelegenheit. Ich weiß nicht, was du meinst, Spiel. Kann ich mich mit Marin eigentlich porten? Warte, mit Marin kann ich jetzt nicht über die Dinger hier drüber springen, ne? Oder? Ging das? Ich glaube nicht. Ach! Ach so! So ein Ding ist das. Ah ja. Oh. Ja gut, das ist wahrscheinlich das Ding da drüben. Da kann ich jetzt nicht hin. Ja ja, die tun ja alle nix, ist klar. Ach so. Oh, geht die durch die Höhle durch? Ja, sie geht mit. Das interessiert die, interessiert die alles nicht? Die hüpft über die, die, die Löcher drüber, das interessiert die, das ist, ohne Pegasus-Stiefel wohlgemerkt, ja? Marin ist der wahre Held. Die kann ohne Pegasus-Stiefel einfach da drüber hüpfen. Und die ist unverwundbar. Interessiert sie alles nichts. Unglaublich. Hier, die kann immer mit mir mithalten. Boah. Einspeed. So. Juhu, da ist sie ja. Marin. Ja, ja. Aber jetzt nicht für dich, sondern für das Walross. Auf geht's. Kann ich eigentlich unterwegs mit ihr reden? Nein. Na gut. Da ist es ja das Walross. Sollen wir es aufrecken? Das ist doch viel schöner animiert als auf dem Gameboy. Da ist jetzt aber jemand munter. Hihihihi. Ja, ich glaube, er hatte ein Erlebnis. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, diese Kanickel. Tja, dann gehe ich jetzt mit ihm nach Zoodorf. Kommt doch später auch mal vorbei, Link. Tja, dann, äh, geh einfach mit Leuten mit, die was von mir wollen. Ist okay. So, hast du ja wie gesagt, ich glaube, die Muschel reagiert hier oben, der Detektor. Wir können jetzt jedenfalls, ja, den Part schaffen wir noch. durch die Wüste hier trotten. Ja, natürlich. Aber lass es bitte eine Palme sein, oder so. Oder den Stein da oben. Ich glaube, eher sind der Stein da oben. Eine kleine Folküverschnitte. Boah, die Wüste ist schon eindrucksvoll gemacht. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Aber hier reagiert es nicht. Ah, ist ja blöd. Es reagiert nur da unten. Es ist dann wirklich nur da unten. Aber wo denn dann? Ich habe doch hier vorhin schon mal alles aufgebuddelt, oder? Oh. Was reagiert denn? Was reagiert denn? Ach, jetzt sind die Löcher wieder weg. Ja, klar. Kann ich das wegsch... Ist da drunter vielleicht was? Okay, nein, Schild ist unverwundbar. Schild ist unverwundbar. Äh. Ja, aber, aber, aber. Wo denn? Ja, wo denn? Ich habe doch hier schon alles aufgebruddelt. Und hier ist ja schon nichts mehr. Ich bin irritiert. Ich bin irritiert. Aber wenn ich hier weiß, wer wird ja hier drüben erst reagieren. Hä, wo? Ich habe hier doch alles aufgebruddelt. Guck mal, gerade hier geht der besonders ab. Ja, ich... Ich habe es verstanden. Kann ich da vielleicht irgendwann mal außenrum hinschwimmen? Oh. Vielleicht im Wasser. Okay, wir behalten uns das mal vor, dass da was Wasser sein könnte. dann mache ich hier so ein Viereck. Okay, jetzt habe ich Zeit verschwendet, aber wir haben noch Glück Zeit. Alles gut. So, jetzt können wir hier schon mal hingehen. Wer wagt es, auf dem Sand herumzulaufen und meine Ruhe zu stören? Einer Miniboss. Der aber nicht wirklich spannend ist. Aus gut spannend wie auf der Welt. Ich lasse mich treffen. Tschüss. Aber er ist wichtig, denn er hat den Schlüssel. Was ist das denn für ein Schreiling? Wow, richtig untypischer Linkschrei. Du hast den Wunderschlüssel erhalten. So, wo der Hintritt wissen wir schon. Das haben wir schon mal gefunden. Das ist auch was, wo ich halt ewig gesucht habe auf dem Gameboy damals. Also das war hier diese Stelle, ne, mit Marin, bis Marin beim Walross ist und so, bis man das hingekriegt hat, bis man das rausgefunden hat, wie das gedacht ist. Das hat einfach ein bisschen gedauert früher. Jetzt weiß ich es halt zum Glück und deswegen können wir uns hier die Arbeit sparen, das rumzusuchen. Sehr schön, dass das so schnell funktioniert hat. Bin ich, bin ich begeistert. So. Bin ich doch schon mal begeistert. Okay. Hier ist nichts weiter, ne? Ne, das ist nur der Rückgewick. Die See bringt Wellen, der schlaft in Träume. Beide vergehen am Ende. Das war diesmal offensichtlich. So. Da ist das Ding, da ist nichts mehr. Jetzt wäre nur noch der Stein da am Ende von diesem einen Weg, den ich noch ausprobieren müsste, wo ich möchte. Genau. Da reagiert das Ding nämlich hier auch drauf. So. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier am Rand entlang schwimmen kann später. Das wäre komisch. Au. Au. Hier noch was. Aua. Ne, es reagiert ja auch nix. Dann passt die Geschichte. Wüst ist soweit durch, bis halt auf dieses eine Ding da unten, wo ich nicht weiß. also aber der hier, also das Signal hier hat auf diese Steine da oben reagiert. Das habe ich mir schon gedacht. Warte, hier könnte auch noch was sein. Kann ich die sprengen? Nein, aber ich kann was... Ah, ich glaube, ich weiß es. Das geht dann aber noch nicht. Ja, dann ist das... Okay, aber ich habe es ja markiert. Passt. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich habe es ja markiert. Achso, ja, jetzt kommt er wieder. Wir wissen aber schon, wo wir hin müssen. Glücklicherweise. Uhu, da stößt halt die Form eines Fisches. Du solltest zum... Hab ich nicht gelesen. Entschuldigung. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Uhu. Gut. Aber das passt uns alles ganz gut in den Kram. Noins. Und guck mal, was hier los ist. Bitte vergiss nie dieses Lied. Oder mich. Wenn es so tut, als würde es jetzt auf ewig hier bleiben, ne? Total hin und weg von Marins Lied. Total hin und weg von Marins Lied, ne? Total hin und weg von Marins Lied, ne? Okay. Können wir mit ihr zusammen nochmal spielen? Nö. Okay. Gut. Äh, Ananas haben wir. Wir wollen eh zu dem Berg zurück. Passt also eigentlich ja alles zusammen. Geh mal aber über den Teleporter jetzt. Ich bin ja doof. Natürlich gehen wir über den Teleporter. äh, äh, ja, passt so. Plop, 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 Okay, das ist neu. Worauf reagierst du? Ist es hier was oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Könnte nämlich auch da im Wasser sein, ne? Das ist das Problem. Gut, wir machen erstmal hier auf. Ah, da oben waren wir schon mal gestanden. Aber da kamen wir noch nicht durch. Und jetzt kommen wir da runter. Tada, tata, tata. So, aber jetzt bin ich natürlich wieder getriggert, was hier den Ton anging. Worauf reagiert der? Er ist da. Ja, 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 ich hab das schon mitbekommen. Also jetzt wirklich hier? Aber das hier hab ich ja schon gebuddelt, ne? Da hier, bis hier hinten war ich. Ha. Hier gegenrennen halte ich auch nicht für relevant. Aber einfach so random, ganz random ist es ja meistens dann auch nicht. Hier geht er wieder ab. Na, meistens ist ja zumindest ein gewisser Hinweis möglich. Weil jetzt hier ist überhaupt nix mehr. Hier kriegt er wieder sein Raster. Also, ich überlege, ob ich ne Bombe in dieses Loch da werfen kann, aber das fände ich wiederum komisch jetzt. Ha. Na, wir lassen's erst mal. Wir lassen's erst mal. Wir haben anderes zu tun. Achso, ich soll's aber markieren, zumindest. Wow. Ja, cool, da oben drauf landen. Ah, krieg ich sogar so. Wait, wenn ich das so kriege, vielleicht ist da ja dann tatsächlich da oben. Naja, egal. Wir lassen's erst mal. Möchte ich damit jetzt nicht aufhalten. Und dann schnell noch in den Part bis zum Eingang kommen. Das wär noch ein Anliegen. So, hier geht's hoch wieder. Kennen wir alles schon. Dadurch sind wir auch schon 3000 Mal jetzt gelaufen. Kennen wir auch schon alles. Aua. Das haben wir auch schon öfter gemacht. So. Na gut, das sind wir mit. Wie gesagt, da kommen wir noch nicht rüber. Äh, das war der falsche. Das war der Richtige. Gib mir mal schnell die Ananas, dem Kollegen, dass er nicht hier komplett verhungert. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich dann von ihm bekomme. Aha. Aber das könnte jetzt auch wieder da oben irgendwas sein. Nicht hier. Hä. Oh, have fun counter. Ja, keine Ahnung. Ja, ich hab was hungriges, äh, was essbares für dich. Hm, diese Ananas sieht ja lecker aus. Ich muss sie gleich essen. Wum, 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 wum. Lecker. Ich geb dir dafür einen schönen Hibisku. Ach ja, natürlich. Wo der hin gehört, wissen wir schon. Yay. Aber da gehen wir jetzt nicht mehr zurück. Ich bin mir bekloppt irgendwann. Ich fühl mich wie neu geboren. Ja, also hier irgendwo muss auch was sein. Keine Ahnung was. Aber irgendwo da. Hier ist nix. Ne, da haben wir schon geguckt. Eieiei. So. Da ist auch nix. So weit, so gut. Da unten ist dann der Dungeon. Und weiter kommt man noch nicht. Alles klar. Dann ab hierfür. Und das nächste Mal. Der vierte Dungeon. Den nehme ich, glaube ich, noch auf. Und dann hör mal auf, weil ich muss langsam auch mal weitermachen. Danke jedenfalls fürs Zuschauen. Und tschüss.